...schauen. Okay. Na, schade. Reichweitenmäßig ist ja trotzdem noch nicht so gut. So, vielleicht heilt er sich nochmal. Oh, das ist natürlich auch nicht so schön. Oh, der hält aber auch viel aus, mein Gott. Nicht schlecht. Das ist natürlich eine willkommene Sache. Ja, komm, dann zaubert Wendy jetzt mal hier ein Blaze. Ja, ist ein bisschen Verschwendung, aber... Naja. Oh, also ich merke schon. Ich habe hier echt so meinen Lieblingscharakter gefunden, glaube ich. Also, die ist ja extrem super. Ja, genau. Alle mal auf den Armen. Nick. Oh. Hat er geschafft. Cool. So, Nick kann auch nochmal angreifen. Wie, der ist ja super schwach gegen die Viecher. Das geht ja gar nicht. Okay, irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Naja. Ja, das ist doch mal was. So, und die Mäuschens kommen auch hier. Aber, ich würde sagen, hier auf Verbrücke können wir die gut... Angreifen. Also, die haben es alle auf Kray abgesehen. Das stört mich ein bisschen. Das ist nicht so nett. Gut, Shade ist jetzt auch aufgestiegen. Wunderbar. Machen wir die hier erstmal fertig. Warum sind die jetzt so schwach? Ja, da muss Wendy mal wieder herhalten, fürchte ich. Tja. Tja. Ach komm mir den Scavenger nochmal Dann kann die nächste Ratte auch schon ankommen Oh oh Solange nicht eingeschläfert ist es alles gut Ja wir müssen zusehen dass wir Nick hier schnell auf Vordermann bringen können Der ist ja extrem schwach Und ein Quick Chicken, geil Und Level 4, cool Aber das mit dem Quick Chicken ist natürlich super Obwohl ich damit glaube ich wieder warten werde Bis ich die Dinger da verbrate Da will ich die erstmal alle befördern Vorher Blödes Viech Ah im Schlaf, cool Interessant dass das so funktioniert Aber okay ich mein ist ja nicht schlecht Oh haha das seh ich gerne So komm der macht Sick kann den jetzt hier platt machen So jetzt kommt Arpis Der macht ihn jetzt platt Oh und Protect Milk Ja was ist denn hier los Diese ganzen Super Items kriegen wir hier Cool Die wir aber immer noch nicht einsetzen werden Also damit möchte ich echt noch warten Weil ich denke mal dass wir davon auch wieder nicht so viele finden werden Und da möchte ich die echt noch aufbewahren Bis wir die eher gebrauchen können So ich würde sagen wir nehmen auch einfach mal hier Dafür haben wir die Dinger ja gekauft Dann verbraten wir die auch gerne mal So dann kann Kray sich selber mal heilen Das gibt ja auch Punkte Okay Okay So Die wollen noch nicht hier antanzen Dann schicken wir Arpis einfach mal hier hin Gut Dann wird er angegriffen Das ist ja zum Glück alles kein Problem Ach da kann Wendy hier nochmal zuschlagen Würde ich sagen Dann lassen wir es mal hier Shade erledigen Der soll mal angreifen hier So genau Und den platt machen Ja jetzt hat er auch ein Level Up Das ist natürlich auch super Gute Sache Und die wollen hier immer noch nicht angreifen Ich weiß gar nicht was mit dem los ist Ja selber schuld So So Niki kann nochmal angreifen Oh und da ist er stärker gegen Das ist gut Das ist natürlich super Ich hoffe dass der jetzt nicht so super stark ist Oh Okay Eine zweite Attacke überleben wir aber nicht Fürchte ich Und Und Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017